Hi! Hast du schon so viele lächerliche Situationen im Straßenverkehr gesehen, dass dich nichts mehr überraschen kann? Nun, die Jungs in dieser Zusammenstellung sind hier, um dir das Gegenteil zu beweisen. Hier tun Autofahrer und Fußgänger Dinge, die dir noch lange in Erinnerung bleiben werden. Schnell dich an, denn die heutige Fahrt wird kein Zucker schlecken. Los geht's! Die Sofaschule hat die brutalste Rückwärtsfahrprüfung. Die Sofaschule hat die Er hat etwas getan, wovon viele Menschen ihr ganzes Leben lang träumen. Ein neuer Tesla oder dieses Meisterwerk? Wofür entscheidest du dich? This is Elon Musk. Er hat einen Weg zum Böre und Einen Sack. Er hat einen Grunde genommen. Er hat einen Därkung-Maschen Brüllen gezogen. Er hat einen Därkung. Er ist ein Tiefgerquinho. Eine weitere Miniatur aus der Rubrik BMW und Blinker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie wären ein perfektes Paar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie kann man anhand des eigenen Autos erkennen, dass man zum Neurologen muss? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tagsüber ist es ein Fahrtraining und nachts eine Glücksfrage. Schreibe in die Kommentare, wenn du solch eine Ausstattung kennst. Bei der Wahl zwischen Stil und Zweckmäßigkeit werden sich diese Genies immer für Ersteres entscheiden. Interessant, wie dieses technische Genie wenden wird. Nicht nachmachen! Hier werden alle Tricks von Profis ausgeführt. Von Videobearbeitungsprofis Er hat hinten die Aufschrift »Finanzieller Fehler stehen« und hier ist der Grund dafür. Er ist sicher nicht der Typ, der seine Zeit im Stau ganz einfach verschwendet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auto herausziehen? Nö! Weiter den Beton ausgleichen? Klar! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diese beiden haben ein schlechtes Gedächtnis, aber einen guten Einfallsreichtum. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Dieser Typ denkt wahrscheinlich, dass es ihm später helfen wird, das Nitro zu aktivieren. Okay. Das beste Beispiel für Erwartung versus Realität. Eine unverschämte Situation. Ohne Blinker und dann auch noch über die doppelte durchgezogene Linie? Zwei Extreme der deutschen Autoindustrie in einem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Gibt es für einen Pickup überhaupt etwas Unmögliches? Selbst wenn du ein schlechter Fahrer bist, vergiss niemals deine Manieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. Bye.